Hallöchen und ein schnurzeliges Willkommen zurück zu Dinka mit Dragomir. Hallöchen und mit Syrah. Ja hallo. Meine Spuhitzhack ist puttertutelgang. Uiuiui. Help me out hier. Thanks. So, let's go back. Da ist auch noch. Mein Spitzhack ist kaputt, hauselang wie du willst. Ich hau mit meinem Kopf drauf. Ich, ich, ich. Ups. Schade. Du hast nen Freund in mir. Ja, so ein bisschen klingt das, ne? Ich spiele aus. So. Du, 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 du. Oh, irgendwo ist was. Da ist was. Chat-Gen-Europa-Leider-Plotten-Kines. nis. Bum, 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 bumm, bum, 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 bum. Da, hier. Leiderplatte! Eine Leiderplatte! Wir brauchen aber noch eine. Eine noch. Oh, da war was. Oh, komm mal her. Ich habe keinen Platz mehr. Danke. Nimm mal hier das Obst mit, wenn du noch Platz hast. Da kann ich dann Dingens machen. Ein Obstsalat. Ups. Gut gemacht. Eine Schmuseplatte. Oh, da kommt eine Krokodile. Was sagt das Krokodil eigentlich gegen mein Kupferspeer? Immer noch viel zu viel. Aua. Alter, der Drecksack macht mehr Schaden als das Känguru. Müll. Ja. Uäh. Alter. Oh, hier sind noch Zähne. Und Fleisch. Komm. Zähne und Fleisch. Denn ich habe Zähne. Da ist das Fleisch. Und Fleisch. Fuck, es ist voll. Scheiße. Hast du zufällig Tinsheet einstecken? Ich glaube ja. Oh, ich habe hier Ohrhöhre. Komm mal her. Lass die Ohrhöhre liegen und nimm das Tinsheet von mir mit hier. Ich habe die Ohrhöhre, glaube ich, gerade wieder eingegraben. Die bundel ich jetzt wahrscheinlich gerade wieder aus. Ja, scheiße. Ich lasse es jetzt einfach mal offen. Komm mal her. Hast du schon wieder was? Ein Tinsheet. Ich klatsche jetzt einfach mal. Guck mal, ich habe hier Steine einstecken. Weg damit. Ein Schlüssel. Da haben wir wieder eine Box. Ich habe hier wieder eine ganz... Ja, ich habe hier noch Glühbirnen. Wir können das Ding gleich fertig machen. Komm. Ja, schnell hin. Ich habe eine männliche Stimme. Ach ja? Mein Charakter hat gerade... ...gemacht. Nee, das war ein Känguru. Oh, das kann sein, ja. Hi, Drago mir. Juhu. That seems to have done it. What happens next? Ja. Ähm. Das sind Teleporter. Oh, das sind bestimmt Teleporter. Aber ich glaube, ich habe auf anderen Abschnitten nochmal solche Dinger gesehen. Oh, dann dürfen wir die auch reparieren. Ja, guck hier. Teletower. Nice. Let's get back to bed. Jetzt hat übrigens dieses Fuchs-Symbol von dem Alpha diese Xe als Augen. Oh. Geil. Oh, wir haben es geschafft. Nee, John. Wo ist John? The John? Da, hier hinten. Hinter seinem Laden. John. Wir haben unseren ersten Boss-Fight. 10.000. Yay. Hätte ich mal mehr erhofft. Pff, Arschloch. Wie ist es vorhin? Ach so, der Butterfly. Das Känguru ist ins Museum gegangen. Was? Ach so. Ich dachte gerade schon, hä? Komm, schlaf dich, schlaf dich. Ja, ich guck nochmal, ob ich was... Ah, nee, ich kann nichts mehr spenden. Der Typ hat Ascho dicht. Ja, warte kurz. Guck mal, was ich uns übrigens besorgt habe. Wofür vorhin mein ganzes hart erarbeitetes Geld weggegangen ist. Guck mal, wie schnell der fertig ist. Pass auf. Boah, lecker. Das ist das Prime Meat. Ja. Das dauert hier, Achtung. Okay, sehr viel länger. Ach, Mist. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe auch noch große Trommelschlägel. Ich packe das alles mal in die Kiste. Ich glaube, der Grill ist verpackt. Der geht nicht mehr auf. Nein. Doch, jetzt. Das ist hier gekocht. Äh, was ich habe noch? Fisch. Nee, das war's. Ach, hier. Da habe ich noch was. Da, 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 da. So. Das andere kocht übrigens immer noch. Also, weiß Bescheid. Yep. So. Ach, ich habe noch Bananen. Außen. Ich wurde rausgeschmeißt. Gemeinheit. Ich Idiot. Ich wollte das da raustun. Kroki Fleisch. Hi, Omi. Du bist auch echt doof, ne? Warum? Oh. Naja, ich habe gesagt, ich packe das alles da rein, weil du die letzte Zeit fürs Kochen zuständig warst. Deswegen habe ich das in die Kiste rein. Ja, da kannst du es nicht einfach mal da reintun. Ja, nee, das war ja alles besetzt. Hm. Hm. Ich mache mir dabei mal was zu trinken und gönne mir dann mal wieder ein Stück Pizza. Ich habe schon wieder Hunger, weil die ganze Zeit das vor mir steht. Aber ich glaube, das dauert noch zehn Jahre. Irgendwann. Du meinst. Geräusche. Schmutz, schmutz, schmutz. Leck, ganz viel Essen. Gott sei Dank hat das keine Haltbarkeit. Ja. Ja, gut Nacht. Nachts. Alter, Hunting ist bei mir einfach mal drei Level gestiegen. Oh, Mining Level 8. Cool. Sechs. Oh, er ist wieder hier. Toll. Oh, CDs. Oh ja, stimmt. Hi. Kannst du was brauchen? Kannst du was brauchen? Oh, sechs Mangorvensteaks? Das kannst du haben. Ich glaube, ich muss wieder Stieg sammeln. Ich gehe 53.000 von ihm. Cool. Kannst du gleich wieder was spenden. Warte kurz. Jetzt gehen wir da. Gotcha. Gotcha Machine Quarry. So, jetzt kannst du. Oh, ich habe einen Beistelltisch. Ich habe eine Bank gelernt. Cool. Haben wir eigentlich die Folge schon gestartet? Ja. Ja. Dann kann ich vor 13 Minuten. Ah, okay. Ich fahre gerade irgendwie ein bisschen Brain-Aufkau. So, dann gehe ich im Museum mal spenden. Jetzt hast du schon wieder verpasst, wie das Chicken frisst. Ich habe es vorhin schon gesehen. Okay. Ja, ich muss verkaufen. Ah, nee, ich muss auch noch vorher was spenden. Huh. Wie bin ich denn gerade geflogen? Ich bin gerade geflogen. Ich kann hier eine Kamera kaufen. Für 16.000. Schnucki. Kann dir kein Geld geben, oder? Ich weiß nicht. Ich kann dir Geld geben. Okay. Wie? Oh. Dankeschön. Hast du jetzt genug für dein Haus? Äh, ich vermute es mal. Ich glaube, viel hat nicht mehr gefehlt. Nein, ich finde es nicht. Nein! Ach so. Fahr auf! Nein, ich hatte null. Ich hatte null. Ja, dann kommst du mir zurück. Dann spare ich es bei dir an. Für dich an. Ähm. Ah. Einfach da drauf drücken. Oh cool. Dann nimmst du komplett alles auf einen Schlag halt. Ja. Na ja, du hattest ja null. Mhm. Dann passt das ja. Gut, dann spare ich nämlich jetzt noch weiter an. Wie viel fehlten da hinten eigentlich noch? Noch Menge, ne? 30.000 nur. Ja, guck mal, dann spende ich doch das jetzt, oder? Ja, deswegen habe ich ja gesagt, da fehlte nicht mehr viel. Ja, ich wusste ja nicht, wie wenig. Gut, dann ab jetzt sparen. Ich habe jetzt nämlich trotzdem noch recht viel. Hier gibt es eh nichts Interessantes. Ach, ich brauche eine neue Spitzhacke. Da komme ich nicht drum rum. Wenn er nicht busy wäre. Sofort. Ach, der will mal wieder eine Fliege. Was die immer mit den ganzen Fliegen wollen, Alter. Zwei Gumboot-Plenk. Mhm. Er wird bei mir auch eine Fliege. Hahaha. Oh, 3.000. Für die zwei Holzblanke. Ach ja. Schnucki, ich brauche noch Lizenzen. Linsens Raven brauche ich noch. Ja. Linsensens. Hm, Kupferangel. Uh, habe ich schon. Haha. Nice. Ich habe schon eine einstecken. Okay. Alter, der hat mir gerade 4.000 Dings gegeben für eine Fliege. Hahaha. What the fuck? Hm. 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 Ich hab hier's das Metal Detecting Nummer 2. Ich hab hier zwei gekauft. Keine Ahnung, was mir das bringt. Zwei Kupferbarren, oh Gott. Oh, das ist aber eine ganz teure Angelrute. Wenn du eine normale Angelrute dafür brauchst, wo du, ich glaub, einen Zinnbarren vorher machen musst. Und du brauchst eine Angelrute für... Darf ich Oma den Blumenpott schenken? Brauchst du Furniture? Ja. Mach das, ist eh so ein hässliches Ding. Aber die Sofa an den Stuhl find ich eigentlich zu schade. Ja. Ich hoffe, das zählt jetzt auch zum Möbel. Ich denk's mal, das ist ja Einrichtung. Ja. Wow. Danke, Oma. Was hat's denn dir geschenkt? Das Rezept für'n Fass. Nee, es ist Dekoration. Wow, danke. Ich bin begeistert. Das Buch, das ist dafür da, das sagt dir, was in welche Maschine gelegt werden kann. Ich geh mal wieder angeln. Ach ja, genau. Ich wollte mir ja meine gute Angel machen. Ja, Kupferangeln. 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 Ich habe eine Krabbe gefangen. Ich auch. Ich habe eine Fliege. Ich habe eine Fliege. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Der hat ja superschnell gerade angebissen. Ein Korbfen. Toll, jetzt sind die anderen Fische auf die andere Seite geschwommen. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, Jungle Purrsch. Oh, wie cute die hier drinnen rumschwimmen. Eine blaue Muschel. Oh, da ist ganz viel Kupfer. Oh, ich habe mal wieder nichts zu essen mitgenommen, ich Horst. Wie immer. Oh, ich habe mal wieder. Oh, ich habe mal wieder. Oh, ich habe mal wieder. Das ist ein Problem. Warum will der ständig Fliegenhaben? Ich versteh es nicht. Ist das ein Frosch oder was? Oh, wieder Geld. Hatte der Anna eigentlich auch noch was? Nö. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, ich habe Post. Von Fletch. Was will sie denn? Äh, working hard. Ach so, new level von Fishing License is available. Wie viel Geld hast du jetzt, nachdem du die Fische verkauft hast? Äh, 12.000, ich habe die Fische noch nicht verkauft. Geh los, zack. Da, 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 die 20 Kupfer, verkaufe Jaglei mit. Oh, 13.000 kriege ich für. Zu wenig? Ja, es waren nicht viele Fische. Wie viel hast du jetzt? Äh, 25 K. Ich habe 68. Du willst unbedingt das Haus bauen, ne? Ja! So morgen nochmal ordentlich ackern und dann... Was heißt morgen? Können wir jetzt noch ackern? Ja, essen. Ackerino. Ackerino. Tschüss. Wie lange ist die Folge inzwischen? Oh, 32. Ah Mensch, bin ich gut. Okay, dann danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Ciao.